Die Zeit der altmodischen Überfallhosen, der Wickelgamaschen, Hosenröcke oder der Abfahrtshüte ist vorbei. Doch selbst die schnittigste Lastex-Keilhose garantiert keine sturzfreie Abfahrt. So ein Sturz lässt sich aber schnell vergessen. Zum Beispiel hier im mollig-warmen Hotel. An der Bar, bei einem heißen Gletscherfloh mit Gin, bei Skifahrer-Trainer mit Whisky oder bei einem Gipsbein-Cocktail. Die Skimoden sind heute ein wesentlicher Aktivposten der süddeutschen Textilindustrie. Hier zum Beispiel eine nicht ganz billige Après-Skihose Nylon-Persianer. Ja, aus unseren beiden Skihasen sind inzwischen regelrechte Hotel-Gämsen geworden.